So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Staffel, zu einem neuen Ründchen Trouble in Terroristown, yeah! Und wir haben ja schon über 300, 400 Folgen gemacht und jetzt ist es mal in der Zeit, neue Leute reinzuholen, neuen Spaß zu haben und im Schwimmbad, ne? Alle sind zu nackt, alle haben sie richtige Bohreranzüge an und haben Bock hier. Ja, wir haben einmal den Gerrit dabei, ne? Hallo. Dann haben wir einmal den Gigant dabei. Hallo. Den Holländer, der gerade im Traitor-Shop hängt und sich einfach nicht bewegt. So, dann haben wir den Curry dabei. Wow. Ist der überhaupt da, Alter? André? Ja, hi, hi. Und der gute Sarazaa! Hallöchen! Und habe ich jemanden vergessen? Ne, ne? Achso, das ist ja. Guck mal hier, nur für dich. Ja, guck mal hier, ich zeig dir auch was. Ja, ganz ruhig, Alter. So, ganz kurz, TTT kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon ein bisschen, ne? Das ist ja ein ganz einfaches Prinzip. Wir haben einmal Traitor, also Leute, die den lieben Innozenten, also den Unschuldigen, ja, was an die Rübe wollen und mit hinterhältigen Tricks umbringen müssen. Und die Verräter, also es sind ja die Verräter und die Innozentenleute, praktisch die Unschuldigen, müssen dann die Traitor überführen. Ähm, wir haben verschiedene Maps, ja? Wenn man zum Beispiel tot ist, dann darf man zum Beispiel nicht mehr weiterreden. Ähm, also das Regelwerk kennt ihr ja auch noch von damals, aber für alle die Leute, die es das erste Mal zugucken, damit ihr auch Bescheid wisst. Joa, das sind so im Grunde die ersten wissenswerten Fakten. Ähm, wir haben schon eine Runde davor gespielt, könnt ihr bei den Jungs gucken. Ähm, wenn die alle die davor schneiden, ja? Und das ist jetzt praktisch meine erste Runde, weil das Problem ist ja nicht, hier hat er in der ersten Runde keinen Soundgleich. So, alles erklärt. Curry? Ja? Warum bist du platz? Weil ich gerade runtergefallen bin. Syphus, warum bist du hier? Tschüss, Syphus. Syphus ist tot, oder? Nee. Ich wollte gerade sprengen, aber dann bin ich ein bisschen zu weit runtergefallen. Okay. Wir sind doch alle nette Menschen. Das wird lustig. Da wird lustig, lustig, tralalalala. So, kurze Frage, ich wollte das da ja oder nein? Oh, da willst du... Äh, würde ich nicht machen, nimmt die Spannung voll raus. Äh, ich will aber rutschen. Was ist das für eine Waffe, Walle? Ich will nämlich die rechte. Hm? Das war keine normale Waffe, oder? Hau ab, Junge! Geh weg, geh weg, Walle. Geh weg, geh weg, ich will nur beobachten, Mann. Okay, okay. Hier ist ein Radio, Walle. Was ist der nervös? Holger, wir wurden hinter dir, mein Freund. Ja. Was macht ihr da hinten? Komm, wir machen sie nicht zu mir. Nee, geh mal weg, Alter. Ähm. Na? Ihr könnt dieses Display übrigens auf allen Channels gucken, ja? Die unten im Video verlinkt sind, also die Jungs, die ihr aufnehmen, könnt ihr mal reingucken, damit ihr es auch aus allen Sichten seht, Leute, ne? Ey, warte mal. Hau ab. Moment. Ach, da sitzt der, der Kirby sitzt da. Der macht sich's denn da nicht gemütlich, der Kirby? Ist da gerade einer reingegangen? Ja, da will ich ja gucken, aber das kannst du jetzt eh vergessen, Alter. Ihr müsst ja eh mal alles aufdecken, ne? Könnt ihr mal kurz bitte weggehen? Warum hast du denn gerade... Was für eine Waffe hast du da gehabt? Ich habe einen Sniper, Gerrit, hier. Ich habe hier einen Sniper in der Hand. Ach, okay. Wir kennen das, wenn wir direkt in der Stimmlage gegangen sind. Zeig mal die andere. Welche andere? Ey, ich häng fest, geh mal weg. Der hat ein Radio, Achtung. Hey, das Radio kann doch jeder aufsammeln. Warum bist du eigentlich schon verletzt? Warum laufen die beiden der Walle und der Gerrit eigentlich die ganze Zeit so im Team-Duo rum, Alter? Warum bist du eigentlich schon so verletzt, Curry? Ich habe es doch gerade erklärt, hör doch bitte zu, Walle. Ne, ne. Boah, 1-0 für Curry, ja. Gerrit ist raus. Äh, Walle ist raus. Genau. Ey, geht mal weg hier. Der Gerrit dreht mir die ganze Zeit wieder her. Soll ich mal ein bisschen rutschen gehen, Leute? Nö. Nö, danke. Hatschi! Ich habe eigentlich vorrutschen. Du brauchst gar nicht auf mich ziehen, Zeig. Gerrit! Du brauchst gar nicht anvisieren, Alter. Der Dings war gerade hier. Ne, ich habe mich versteckt vor dir. Ich wollte gucken, ob die Menager ist. Dennis, Dennis, Dennis. Dennis ist traitor. Niemals auf sich weg. Oh, der hat gerade geschossen. Achtung. Ja, du. Hör auf, die Leute hier anzutäuschen. Wer hat hier Blut? Ich habe gerade auf Gerrit geschossen. Was? Gerrit. Du hast gerade auf mich geschossen. Gerrit hat gerade einfach in die Luft geschossen. Hat behauptet, dass Dennis den abgeknallt hätte. Hat er gesagt, ne? Ja. Smoker. Ohne Witz, das ist schon ein Grund für den Smoker. Ich habe keine Bananen, Wasser und weiß ich. Ey, du hast mich schon wieder angeschossen. Bist du irre? Ja, gar nicht. Was soll der denn? Ey, hör auf. Der Gigant hat den... Der Gigant? Ich will, dass der dich eskaliert... Ey, bist du doof? Hör auf, jetzt hör auf. Der Dennis ist das. Nein, 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 nein. Ich habe das überbeobachtet von ihm. Ja, ich glaube auch, Walle und Gerrit. Glaub ich. Der Gerrit. Dennis oder Gigant? Ey, der Gerrit ist safe. Leute, Dennis. Gerrit, geh weg. Der Dennis, ihr habt euch da alle gegenseitig gerade beschossen. Oder sogar der Gigant, Curry. Der Gigant, also der Gerrit. Ich habe gar nichts gemacht. Der Gigant hat immer Einzelschuss, einen Einzelschuss. Warte, sei mal ruhig, du bist der Traitor. Du riechst doch bis nach Südostasien. Ich sehe dich da von hier oben, Alter. Der Gigant ist fast tot. Warum hast du denn auf die geschossen gerade? Weil der Gigant die ganze Zeit auf Gerrit geschossen hat. Immer Einzelschuss. Stimmt gar nicht. Hä? Gerrit? Hä? Aber der ging gar nicht mal auf mich geschossen. Ich habe nur noch wenig Leben. Ja, aber nicht im Einzelschuss. Ich habe ganz am Anfang auf dich geschossen. Nein, nein. Die ganze Zeit, Junge. Ja, die ganze Zeit. Ja, okay. Dann komm, bring mich um. Komm. Mach. Mach mir die Finger doch nicht schmutzig bei dir, Alla. Ja, dann geh. Oh, Cyphus, schieß einfach daneben. Wer macht der Walle was? Macht der Walle da oben. Du steht da wie King Louie, Alter. Wo, wo, wo? Der beobachtet einfach nur. Der ist Oma in der Roger. Ich will die, Leute. Ich habe Angst. Von da oben natürlich perfekt schießen, ne? Ja, der ist ein Snipen. Der nicht schießen könnte, ja. Ey. Also, das ergibt gar keinen Sinn. Erst sagt der Walle und Gerrit sind Trader und dann verteidigt er den Gerrit. Ja, ja, ja. Nee, pass auf. Der Gigant hat gerade immer Einzelfeuer auf Gerrit gemacht. Immer, immer. Immer wieder. Der Gerrit ist ganz... Aber warum? Ja, weil der Gerrit in die Luft geschossen hat und behauptet... Ich glaube, dass der Walle gerade eben im Chat war. Äh, im Trader-Shop. Der steht die ganze Zeit nämlich hier rum. Der stand gerade... Ihr seid alle vorbeigerannt. Ich habe euch alle beobachtet. Nein, nein, nein. Die sind hinter dir gelaufen. Ich habe es gerade gesehen, Alter. Ja, es wäre doch die ganze Zeit da oben. Ich glaube, ich will den Walle erschießen. Der Gigant... Ich glaube, ich möchte den Walle erschießen. Und der... Ja, moin. Wir müssen abstimmen. Ist das... Sag als... Hä, der Gigant uns... Wer ist gerade gestorben? Ey, der war innocent. Der kam von da oben. Dann ist es... Gigant! Nein, hä, ich habe ihn gerade erschossen, Dennis. Ich habe ihn gerade geschossen. Ach, du bist da auch da oben. Was erschossen jetzt? Ich bin hinter dir. Ne, der Schuss kam aber von oben. Nein, ich habe ihn gerade erschossen. Ich habe ihn gerade erschossen. Nein, du hast keine Sniper. Hey! Hey, willst du mich fahren? Hast du einen Sniper? Dann habe ich keinen Sniper. Es ist Unhold. Es ist Unhold. Der hat einen Crossbow. Ich bin das gar nicht. Das ist Lava. Warte mal, wo ist die... Okay, ähm... André ist tot. Moment, wo ist die Leiche von Gigant? Also den Giganten habe ich nicht gekillt. Ich habe nur den Walle gekillt. Cyphers ist runtergefallen. Aus dem folgenden Grund, dass ich halt wirklich gesagt habe, dass er im Trader-Shop war, weil es halt so auffällig war. Der Walle war echt innocent, Alter. Der Walle, es tut mir wirklich leid. Ne, ich habe dich ja gar nicht gekillt. Das kam von oben. Was ist jetzt los? Ja, Gary, du brauchst nicht da hinten... Gary, du brauchst nicht den Trader-Falle machen, dass ihr, ne? Ich weiß. Ich laufe hier bei der Poolseite. Mhm, bei der Poolseite. Der ist auch der Knopf. Der Cyphers. Der Cyphers ist runtergefallen, Leute. Ah, ist runtergefallen, ja. Versuch zu dem hinzukommen. Warte. Mhm. Da lieg ich da. Hier. Wo? Warum? Kann ich da hin? Dann geh mal hin und dann sag mal, was da steht. Ich kann da nicht hin. Ich werde immer zurückgezogen. Ich kann nicht zu dem Cyphers hin. Versuch mal, da ist Gigant's Leiche. So, war der Traitor der Gigant? Loll! Gerrit, du brauchst mir gar nicht so hinterher rennen, ne? Okay. Gerrit oder Curry ist Traitor. Ja, wie gesagt, ich habe gerade aus dem Grund den Walle erschossen. Ich bin mich die ganze Zeit am Verfolgen. Du hast irgendwas im Schild. Ja, eben. Du verfolgst mich halt die ganze Zeit. Das ist halt das Ding. Na, 30 Sekunden, Traiti. Der Gigant war echt innocent, krass. Das ist ein bisschen Zeitdruck, Gerrit, ne? Ja, der Cyphers ist schon... Ja, komm, schieß doch auf mich. Schieß, komm. Er schießt halt wirklich auf mich. Loll! Hä, wo hast du denn? Dann habe ich auch gesammelt. Ich habe es von Anfang an gesagt, weil es so offensichtlich war von Gerrit. Ja, die Waffe ist auch scheißigartig, Gerrit. Also am besten sind immer Shortflinten oder Sniper oder so. Boah, ich war mir so sicher, dass der Wallet Traitor ist, ne? Ja, ich war... Wie gesagt, wie er mich einfach abgeknallt hat, grundlos. Hä? Für mich hatte ich halt einen Grund. Ja, alles gut. Weil es halt wirklich... Alles easy. Ja, wir müssen das ja auch festlegen sonst, Alter. Es ist halt auch schwierig. Ich hatte auch einen Grund, Gerrit abzuknallen, aber ich habe es nicht gemacht, ey. Ich wusste von Anfang an, dass du es warst. Gerrit schießt in die Luft und sagt, Dennis hat auf mich geschossen. Ja, allein das wäre schon ein Grund genug gewesen. Aber wozu ist das Radio jetzt gut, Leute? Einfach, um Musik zu hören. Ja, aber wir müssen da glaube ich extra Musik reinmachen, also... Ich bin's, ich bin's, Leute. Geil. Bin auch. Bin auch wieder an, Entschuldigung. Was soll das? Nein, das war nur ein Witz. Ich nehme meine Aussage zurück. Ey, das geht nicht, ja? Doch, doch, doch. Der Landschirm hat das aufgenommen. Lasst mich alle Ruhe. Jetzt schnell in den Traitor shop, wenn die Tür ist, ne? Ja, ja, ja. Der macht bestimmt umgekehrte Psychologie, Leute. Ich sage es euch. Ja, Mann, ich flipp jetzt hier nackt auf den Tisch und dann... Ja, es ist ein Brennen, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der Sartzer schreckt in die Tür. Äh, der Sartzer schreckt in die Tür. Äh, der Sartzer schreckt in die Tür. Geh weg, Alter. Ich schwör dir, es ist Curry, Alter. Mach doch die Türen zu. Ich will die Waffe hier haben. Ich meine Intuition sagt... Hä? Was ist denn jetzt? Äh? Hä? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Es war ohne Witz, wer war das? Ey, das kam mir aus der Ecke. Wap, bap! Da tanzt du... Es gibt dir Bibi-Geld, äh, Bibi-Geld. Alle weg hier, es gibt dir Bibi-Geld. Hä? Wer war das? Was? Wieso ist Curry tot? War das Cyphus? Ich war das nicht. Nee, 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 nee. Ja, es ist Cyphus. What the fuck? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hab... Cyphus, Mann. Sagst du das gerade in die Brombe? Du hast auch Cyphus gesehen, ne? Wir haben alle Cyphus gesehen. Ja, komm dann. Ich schiebe Cyphus mit. Ey, warte mal. Ey, sag auf die Tür. Ey, warte mal. Egal, Cyphus. Du warst das auf jeden Fall. Ja, ich hab dich doch gesehen. Und jetzt schleppst du den auch noch da mit. Ey, was ist denn? Ja, ohne heute auch hier mit mir. Die zählen beide auf mich. Ich zieh doch Cyphus, Mann. Wer ist das denn zu mir? Ich. Warte mal, wo ist der Smoker? Der bleibt da hinten in der Wasserstation drin. Was für ne Wasserstation? Da hinten in dem Wasserraum da. Der war im Traitor... 100... 1 Million Prozent war der da drin. Wer? Ich? Nee. Hä? Wie komm ich da nochmal rein? Ja, aber zähl. Bleib mal stehen und drüber zähl. Und vor allen Dingen hat Gerrit grad Cyphus auch in Schutz genommen. Was hab ich gesagt? Ey, Gigant, warum hast du auf mich geschossen? Hör doch auf! Hä? Der hat auf mich gesch... Ey, Gerrit, Gerrit schieß doch auf den! Der steht da hinten! Schieß auf den! Der schießt auf mich! Ich kann nicht mehr alle! Gerrit, warte! Hör auf! Der Cyphus hat... Der Gigant hat auf mich geschossen! Hör auf, Gerrit! Ohne Witz! Gerrit, wenn du jetzt weiter auf mich schießt, töd ich dich. Walle, bist du noch am Leben? Ja, okay. Der Gerrit hat sich nur. Verfolge den Cyphus, aber der weiß es nicht. Gerrit, hör auf jetzt! Gerrit, hör auf! Wenn du mich jetzt tödlust, bist du Traitor! Wer hat denn jetzt auf dich geschossen? Der Cyphus, der Gigant hat zuerst auf mich geschossen. Achso, okay. Ja, ja, würd ich jetzt auch sagen, Alter. Der Gigant ist Traitor! Ja, ja, würd ich jetzt auch sagen, Alter. Hier, Alter, warte! Oh, wie viel? Hä? Alter! Äh... Gigant, hau ab! Hau ab! Ja... Ja, hä, jetzt mal ohne Witz, warum schieß der denn mich auf 45 HP runter? Das ist doch vollkommen... Alter, wo ist ein Curry, wo ist... Walle? Keine Ahnung. Walle versteckt mich am Spawn. Ja, ich geh jetzt. Cyphus? Ja, ja, ich... Ich hab nichts damit zu tun. Ganz kurze Frage. Ich möchte eigentlich nicht reinquatschen. Ich kann mir anders sagen, wie ich die Views durchskippen kann. Wie die Cyphus? Rechte Maustaste. Gedanke durch. Ich bin auch tot, hey. Drachenlord! Äh, was für Drachenlord? Drachenlord, Bombe! Was geht denn da ab, Alter? Boah, Alter! Gesiehst du, Sarat 2? Ich war es nicht. Das war der Unhold, der da eben stand. Nein! Nein, 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 nein! Ich war das nicht. Ja, definitiv! Ja, Gigant halt mal deinen Maul, Junge! Äh, was ist der Unhold? Gigant ist es. Ne, Gigant ist es. Ich schwör. Bist du fertig, Junge? Wie, wie war der denn grad drauf? Du! Gigant halt mal der Maul, Junge! Warum ist der so... Du kannst... Nein, nein, nein! Du konntest von da genauso drauf ziehen und sagst direkt, dass ich es war. Lebt Gerrit noch. Ja, natürlich warst du es. Weil ich das hier die ganze Zeit beobachtet habe und von da aus ist es... Wer hilft da ja mitte rum? Wer ist das? Ich bin das, ich bin das. Ich hole jetzt Gigant, das ist mir geil. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich kann das Mikold wie gesagt immer ausschalten zu dem Brücker. Wer ist auf der Brücke? Äh, ich bin auf der Brücke auch. Okay. Gigant ist tot, ne? Ja, ich war es nicht. Ich habe daneben geschossen, aber gut. Aber der war es bestimmt. Der war bestimmt Traitor. Geh mal kurz ein bisschen weg. Okay, er ist Traitor. Ja, sicher. Huh? Was war das? Stopp. Hier sind wir uns explodiert neben mir. Er hat eigentlich diesen ganzen Kram da programmiert. Ist echt krass. Wer ist das? Ach du bist das, okay. Wann ich schwöre, dass du das nicht bist? Hallo, seid ihr alle tot? Wer lebt denn noch? Nö, 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 ich bin noch da, aber ich... Geh auch immer weg von euch. Syphus? Du bist der Letzte, oder was? Nö, nö, nö. Ich glaube, die anderen nehmen auch noch. Ah, fuck. Oh, fuck. Heizt was? Balle? Okay, dann ist es wahrscheinlich Gerritter. Wo bist du? Ne, Gigant. Wo bist du? Gigant ist tot. André? André? André, bitte nicht. Bitte. Wie bitte nicht? Der Gerrit, diese Ratte. Ich möchte nur einmal leben. Bitte. Syphus? Ja, ich bin noch da. Ja, der hat mich hier umgedacht. Siehste. Jetzt bestimmt einer abgeknallt und ich bin es gar nicht. Soll ich jetzt sein? Alter, bist du ein Vogel, André. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Sarat sei jetzt tot, oder wie? Könnt ihr mich mal bestätigen? Walle? Er sagt zumindest nichts mehr. Okay, ja. Sie zieht es auf mich? Ja. Entweder sagt der jetzt extra nichts, oder ne? Der Gerrit ist jetzt der Raketenwerfer. Wo ist er denn? Du guckst, äh? Achso. Hä? Was war denn da los, Gerrit? Du musst doch schon da anladen. Das wusste ich doch nicht. Das dauert ein bisschen. Ungefähr ne halbe Stunde. Aber André... Wie der mich da von hinten wegrasiert hat, der kleine Winkel. Ja eben. Vorher hat der Gerrit ja sogar noch gesagt. Schwör, dass du es bist, Walle. So, weißt du? Und kurz daraufhin war er tot. Ja, hat er gut gemacht, oder? Verdächtig, verdächtig, der Gerrit, ey. Verdächtig. Am Anfang die Wabab war ich, Görina. Ja, ja, wusste ich. Hab ich direkt gesagt. Der, der, äh, der Gigant, oder Gerrit war der Traitor, ne? Und der, der Gigant hat einmal dich auf sich gesnipelt, hat voll verkackt und man hat's direkt gehört, Alter. Ne, das geile, das geile war. Ja eben, ey. Boah, Gerrit, was war da los? War er am Schlafen, ey? Gerrit, äh, Danny steht vor mir und schießt auf mich und Gerrit steht mit der Grover, so. Macht gar nichts, weißt du? Kann man das Radio eigentlich abspielen, Leute? Linke Monster gedrückt halten, aber da ist nichts, äh, cooles. Wirklich cooles drin jetzt. Kommentar noch. Ui! Kann man aber ein paar Sachen einspielen. Ui! Ein Discombulator. Das ist ein, das ist ein kränker Typ, der Köln, der macht alles kaputt. Ah, Discombulator. Blöd. Discombulator. Aber wie der Gigant so gesagt, ich hab's so gesehen, er schießt so, aber so, er verfehlt und dann merkt er das so. Und der so, oh, lo, lo, nix, 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 ja, 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 ja. Der Gigant war so süß, ey. Ja? Der ist einfach so geil zu sehen, dass du... Hä? Was? Der hat ja aus der Hose rausgeholt. Ne, wo komm ich her? Welche Banane? Du hast sogar eine Banane in der Hand. Hä? Hatte der wirklich eine Banane in der Hand? Weil dann knall ich den jetzt ab, Gerrit, sei sicher. Oh stimmt, eine Banane ist eine Trailerwaffe, ne? Ich hatte keine Banane in der Hand. Sei ehrlich, Gerrit. Gerrit. Gerrit sagt jetzt oder wir bringen dich um. Gerrit sagt jetzt oder wir bringen dich um. Ich bring dich um in der Vermutung. Der sagt nichts mehr. Hey Gerrit, bist du irgendwie, bist du irgendwie abwesend? Gerrit. Gerrit, warte mal, vielleicht hat Dennis den umgebracht in dem Moment. Der ist tot. Hey, ich steh doch hier, wie soll ich den denn umbringen? Ja, vielleicht. Aber dann müsst ihr doch die Leiche finden, Leute. Aber dann können wir es ja schon nochmal alle nicht sein, die hier waren. Leider, aber... Wo ist der Gerrit? Warte, wer sagt das? Gerrit. 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 Gibt es hier Jetpags? Ja, ja. Hab ich auch reingemacht. Als Innocent weiß ich das natürlich nicht. Ja, warte ich kurz kurz seh. Ah, ja. Was? Der Walle ist sogar wieder so fest. Walle? Ja, ich bin am Waffen suchen, ey. Ich hab nur Schrock. Am Traitor-Shop meinst du, ne? Gibt's ja viel Auswahl jetzt. Guckst du mal durch, ne? Weil das so gibt. Ich war ja noch nicht einmal Traitor, ey. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ganz kurz, warum ist der Gerrit so leise? Der ist doch schon tot. Also, wenn wir den Gerrit... Ne, aber wenn wir den Gerrit sehen, dann müssen wir ihn erschießen, ne? Weil wenn er jetzt nicht spricht, ist er ja... Bist du tot oder nicht? Sag, jetzt ist er letzte Chance. Nö, der ist jetzt schon tot gewertet, so gesagt. Smoken! Smoken! Ey, Smoken! André ist sehr verdächtig gerade über die Rutsche gegangen. Was? Was? Das hab ich aber auch gesehen, hab ich gesehen. André wollte grad rutschen. Hä, da ist ne Granate geflogen. Von wem war die Granate? Dennis, was du? Von mir, aber das war nur ne Wegfliegengranate. Also, ich such jetzt auf jeden Fall erstmal die Leiche vom Gerrit. Ich geh mal oben mal gucken. Die muss ja irgendwo sein, das kann ja nicht sein. Ey! Gigant hat wieder geschossen. Ja, aber auf dich? Nein. Hä, wo... Junge, da war ne Spinne auf dem Boden. Hä? Bist du fertig, Alter? Jetzt geh doch. Gigant? Gigant und Unhold, ich schwör's dir. Hä, wo kommt der denn her? Pfeifes wohnt da einfach, Junge. Wohnt. LOL! Scheiße, ich darf da gar nicht durch. Äh, wer war das? Ist der tot? Der ist 100 gefallen, Alter. Ist der tot? Ja. Oh nein. Okay, Syphus, so... Nee, der ist runtergefallen. Der ist auf jeden Fall runtergefallen. Ja, das war richtig dumm, Syphus. Du hast richtig Brain-AfK, Alter. PUBG-Kopf, Alter. Ohne Witz. Hä? PUBG-Kopf. Warte mal, Uni, was machst du hier? Hallo, könnt ihr mich mal hochheben? Ich geh schon weg, Alter. Ey, warum bist du gerutscht? Ja, ich will nicht rutschen. Ich schwör euch, der Gigant ist 100 pro Traitor. Nein, ich will aber nicht hier rutschen jetzt. Warum? Na ja, so. Können wir rutschen zusammen? Nein, geh weg. Rutsch! Alter, ich kann mich nicht bewegen. Alter, das ist der Traitor-Taster, Leute, ne? Ja, nee, jetzt geh. Rutsch doch! Nein. Alter, wir hängen dir fest, der Gigant rutscht. Nein! Ah! Du musst rutschen. Dann geh vor. Ja, ich kann nicht! Ah, nein! Alter, wenn du jetzt nicht rutscht, Gigant töd ich dich. Rutsch! Hey, warte, ich geh schnell, damit der Dennis fliegt. Okay, und... Wow! Wollen wir dann? So, wer ist jetzt innocent? Ist grün. Ich. Hä, warte mal, aber bei Dennis hat's nicht geklingelt, Dennis. Hm. Wie schön der ablenken will, damit die Schuld auf mich liegt hier, ne? Ey, der Smoker lebt, der Smoker lebt! Hä? Hä? Was? 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 Hey, wieder da! Du kannst doch nicht einfach gehen! Der Wal hat ne Panzerfaust! Hä? Der lügt! Der lügt! Was? Ey, ganz klar! Ja, dann erschieß ihn doch! Ne, ich bin mir nicht sünderpussig, aber von rechts schießt auch noch wer auf mich! Ey, wollt ihr mich grad verarschen? Der war grad 5 Stunden ruhig und der erschießt den nicht, oder was? Es ist der Gerrit, bei dem war ich mal nie, weißt du? Der geht einfach scheißen, Alter! Der geht einfach scheißen! Der macht sowas! Gerrit ist tot, alles gut. Ich hab Gerrit. Ja, und jetzt war jetzt der wenigstens... Ja, ich wollte jetzt... Ne, aber der war das mit Sicherheit, oder? Wenn Gerrit es nicht ist, dann muss ich dich... Ja, dann bestätige den doch! Mach ich jetzt, mach ich jetzt! Ja, dann geh doch! Was soll das? Ja, warte doch! Ich wollte aber noch von rechts beschossen, wer ist das denn da? Vielleicht der Tritradulala hier? Der Tritradulala ist hier oben! Hör auf zu schießen, Walde! Ja, der war das doch, der andere, der auf mich geschossen hat! Das bin ich! Oder hab ich von der rechten Seite beschossen, als ich den... Hä, wo ist denn der... wo ist denn die Leiche vom Smoker? Hä, wo ist die Leiche? Alter, wollt ihr mich grad verarschen? Ey, der Walde ist halbtot, ja? Und hat dann auch eine Rakete mit der vergabt! Ja, weil der Smoker mich erwischt hat! Ey, die... Raketenwerfer ist nämlich die Lüge! Ja, äh... Die Leiche vom Smoker ist weg, wirklich! Wo ist die Leiche vom Smoker? Ja, äh... Hier, hier wurde der umgebracht, aber... Alter, das gibt's doch nicht! Ist die... Ist die Leiche vom Smoker jetzt auch nochmal afkar gegangen, oder was? Äh... Der hat grad irgendeiner die... Also... Hey, mal steht der da! Ich seh dich richtig! Hat der... Irgendeiner hat den Smoker versteckt, Leute! Ey, wenn ihr den Smoker findet und der ist... Hä, aber warum?! Dann muss es Walle sein! Ja... Na, ey, nein! Warum?! Weil er eben was gesagt hat, von wegen hier mit Raketenwerfer... Alter, ohne Scheiß, André! Ich hätte den... Ich hätte den... Den, äh... Den Smoker auch erschossen! Ja, also hundertprozentig! Ich hab ihn ja nicht mehr erschossen! Ich hab ihn ja nicht mehr erschossen! Hier, Curry is es, Curry deck! Ich hab den Smoker erschossen! Ich hab den erschossen! Wen decke ich?! Willst du mich grad verarschen?! Curry, Inspektor Barnaby, ich sieh's einmal hin, ich hab den... Wir gehen sogar davon aus, dass Sarazar das ist! Alter! Wie, wie... Was zum Teufel, Alter?! Ich hab doch grad geseichert den Smoker erschossen! Ey, Curry, wenn du Traitor bist, ist das Ende unserer Freundschaft, okay? Leute! Okay, wie immer, okay! Leute! Wann ist... Wieso hast du grad den Smoker nicht abgeknallt? Ich hab da aufgeschossen! Walle! Wieso hast du den nicht gefinischt? Weil der um die Ecke ist und nicht von rechten Seite von wem anders beschossen wäre... André, nehmst du noch?! Ja, ich nehm noch! Ich hab dich beschossen! Moment, Moment, Moment! Wo ist sie da? Ja, ich war das, der dich beschossen hat! Ja! Ja! Siehst du? Hey, was macht der? Das ist ja sehr komisch! Äh, die Oma war grad so'n grüner Laser! Was heißt das? Hä? Walle war im Tester! Walle ist in... Du bist echt in... Hä? Wollt ihr mich alle verarschen, Alter?! Wieso sollt ihr denn eine Raketenwerfer gehabt haben? Ja... Unholt, Mann! Safe! Ja, und wer ist dann der andere Traitor? Ja, André! Wieso denn... Hä? Ja, zweimal André, oder wat?! Hahaha! Das ist gedoppelt, Alalo! Der eine war doch der Gerrit, oder was? Ne, der ist ja eben nicht Traitor! Krass, das weiß ich nicht! Keiner hat den... Confirmed? Oh mein Gott! Wo ist der denn? Ich find Gerrit's Leiche... Okay, warte mal, warte mal! Ich hab Gerrit's Leiche! Ja, dann bestätige den mal bitte! Der ist hier im Wasser! Hä? Was? Hä? Wollt ihr mich alle verarschen, Leute?! Der war wirklich AFT? Hahaha! Alter, der war halt einfach Kacken, der Junge, Junge! Ey, das... Gigant ist Traitor, der hat die Leiche von links auch! Das gibt's doch nicht, ey! Curry... Curry und Gigant, safe! Alter... Ey, was hab ich denn jetzt getan?! Es kann gar nicht sein, weil Balle ist innocent! Ich hab's im Tester gesehen! Ist das komplett fertig, Mann? Gigant hat grad die Leiche weggetan! Ey, unholt, lebst du noch? Ich leb noch! Ich hab doch die Leiche nicht weggetan! Ja, und war das mit André? Ey, ich hab... Dennis, wenn du jetzt machst mich jetzt ein Verdächtigen, dann werd ich dich umbringen, Mann! Ja, sicher damit der... ne? Nee! Hör auf, der Dennis schießt! Du hast vorhin auch auf mich geschossen, Alter! LOL! Dennis schießt! Hör auf, Dennis! Ich schwör dir, es ist Gigant! Eine Million Prozent! Der hat vorhin auch auf mich geschossen! Ja, André! Hä? Wie? Hä? Der hat da grad was ins Wasser gebrochen, ich hab keine Ahnung! Er ist ihm was ins Wasser gebrochen! Was ist denn das für Schildkröten hier, Alter? Mir fliegen die Schildkröten an! Ah! Ey, Leute, ich werd von Schildkröten angegriffen! Nein! Nein, die Zeit ist abgelaufen! Oh mein Gott, wir waren so gut, Mann! Wer war's, wer war's, wer war's? André und ich, aber wir waren so gut unterwegs! Alter, die Scheißzeit, Mann, das gibt's doch nicht! Gerrit, wie warst du? Ja, war echt gut, ey! Ohne Scheiß! Vielleicht soll man die länger machen! Boah, was geht denn jetzt ab? Gerrit, wie du mich da noch weggenutzt hast! Alter, ey! Ey, du warst echt auf Klo, warum gehst du während der Runde denn auf Klo? Ja, Verdacht, ne? Hä? Hä? Wie Verdacht! Verwuchungsstiften! Aber du bist doch innocent, warum sollst du das tun? Und ich hab auch Walle geschossen, weil ich dachte, der Walle wäre Traitor-Kollege von Gerrit, weil er ihn nicht abgeknallt hat! Leute, das war ne brandneue Folge Traitor-Terror-Sound! Die nächste Episode und dann übermorgen um 17 Uhr mit der Gang-Koschelation! Und bald kommt bestimmt noch mal ein paar andere Leute dazu! Also ich würd mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Dörf hier da und checkt alle Channels aus, die ihr in der Videobeschreibung findet! Wir haben euch alle lebt! Tschüss! 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 Vielen Dank.